Ach Leute, ich geb auf, nachdem sich zwei Pokémon während des Fangs entwickelt haben, was ich euch hier einblende. Für Ultrigaria wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn es hungrig ist, schnappt es willkürlich nach allem, was dich bewegt. Nachdem es eine Beute verschluckt hat, schaltet es sie mit Säure aus. Gerardos ist brutal und zerstörungswütig. Es hat Aufzeichnungen zufolge in alten Zeiten ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Habe ich bestimmt 30 Wullpixel gefangen mit einer Chain, die dann abgebrochen ist, weil mir das 31. Wullpixel mal eben abhaut oder so. Und seitdem laufe ich hier rum und chane Abras, bis ein Charnera kommt. Aber ein Charnera kam bisher seitdem nicht mehr. Ich bin enttäuscht. Und Abras habe ich irgendwie bis... Weiß ich nicht. Wie viele Abras besitze ich jetzt? Ich besitze sehr viele Abras. Ja, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er chanese zwölf Abras. Und das zwölfte bricht hier aus einem einfach fabelhaften Ball aus und flüchtet. Ist das toll. Ist das toll, oder? Auf jeden Fall ist das das Leben eines Menschen, der scheinlichst will anscheinend. Und da ich darauf jetzt keine Lust mehr habe... Hier ist ein Item. Ähm. Da ich darauf jetzt keine Lust mehr habe, gehen wir zurück einmal zu den Bisasamen-Menschen und holen uns das Bisasamen. Und dadurch, dass ich jetzt so viele Pokémon gefangen habe... Das hat hoffentlich alles gezählt. Ich habe schon Wullpixel weggeschickt wieder. Hier war irgendwo ein Item. Nein, hier ist irgendwo ein Item. Irgendwo, die sagt mir, das ist ein Item. In die Richtung. Hier. Warte. Da. Mein Gott, hier liegt ja echt viel rum. Da, 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 da. So, liegt hier noch irgendwo was? Ja, hier. Eine Perle. So. Was haben wir? Haben wir noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Vielleicht haben wir jetzt den ganzen Tunnel ausgenommen. Und haben alles. Die Chance sollten wir nutzen, wenn wir schon wieder hier sind. Äh, und Sachen verkaufen vielleicht. Ach, jetzt muss ich ja hier komplett wieder hochrennen. Hallo, Abra. Na? Ich gehe dich jetzt nicht fangen. So. Äh, nee, da darf ich nicht lang. Tipps für Trainer. Ja. Wenn du während der Entwicklung B drückst, stopp die Entwicklung. Ja, danke. Habe ich einmal gemacht auszusehen. Aber ich dachte, vielleicht kann ich die Entwicklung skippen. So nicht. Aber was war denn hier eigentlich? Ach ja, ein Busch. Ich war, ich hoffe, dass, ich habe viele Wullprixe schon wieder weggeschickt. In den Supermarkt muss ich auch übrigens. Ich habe keine Bälle mehr. Das ist trotzdem zählt als gefangene Pokémon für die Liste. Und nicht, dass man die besitzen muss. Erstmal kaufen wir neue Bälle. Wir verkaufen erstmal Stuff. Und zwar die beiden Perlen. Die Riesenperle. So, und sonst habe ich nichts mehr zum Verkaufen. Ah ja, ich habe einige Flottbonbons bekommen. Und Gripsbonbons von den Abraß. Die kann ich eigentlich noch verteilen. Das ist lustig. Ja, kann man verkaufen, muss man aber nicht. So, Superbälle. Kaufen wir mal 35 Stück. So. Drei Premierbälle. Wow. Und davon kaufen wir mal 20 Stück. Davon finden wir eigentlich genug. Aber so einen guten Vorrat noch haben, ist ganz okay. Premierbälle kriegen wir auch noch dazu. Für alle 10. So. Dann gehen wir zu der Bisa-Dame. Dann gehen wir zum Glomanda-Typen. Und ein Schicki kommt auch irgendwann. So. Aha. Du hast 63 gefangen. Okay, dann können wir auch zu den Glomanda-Typen gehen. So, Bisa-Samen haben wir jetzt. So, sehr schön. Das ist die Frage. Tausche ich das gegen Ultrigaria aus? Jeder nimmt Bisa-Samen mit, ne? Jeder nimmt Bisa-Samen mit. Ist das jetzt uncool, wenn ich Bisa-Samen auch mitnehme? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Weil, ich schätze, jeder nimmt Bisa-Samen mit. Ja, Pikachu, weiß ich. Du findest die Blumen toll. So. Und jeder wird Glomanda mitnehmen. Aber ein Feuer-Pokémon ist halt cool. So. So. Ja, gib mir Glomanda. An sehr stillen Orten kann man seine Brändeschwandsspitze ganz leise ludern hören. So. Hätten wir das auch geklärt. Für Schicki brauchen wir 70, glaube ich. Oder 60? Auf jeden Fall machbar. So, Moment, ich muss hier wieder raus. Ihr könnt eure Bude ruhig mal aufräumen. So. Und dann gehen wir jetzt Richtung Orania City. Und da Gyarados ja jetzt nützlich geworden ist. Ich geh mal den Weg mit dem Gras. Vielleicht haben wir irgendwie was Cooles, was da noch spawnt. Lock-Parfüm hätte ich kaufen sollen. Ach, verdammt. Ich hab auch kein Lock-Parfüm mehr. Ich hab das Gefühl, dass die Chance, dass ein Charnera Spawn mit Lock-Parfüm deutlich höher ist als ohne. Ach, shit, da geht's ja nicht lang. Aber ich geh jetzt nicht wieder zurück in die Stadt da oben, um jetzt Lock-Parfüm zu kaufen. Deswegen gehen wir jetzt einfach so durch den elendig langen Tunnel Mann, wär das schön, wenn wir hier ein Fahrrad hätten. Oder ein Pokémon, das uns trägt. Ernsthaft? Immer noch Items hier? Die liegen aber immer so am Rand. Okay. So, hier hab ich auch noch nicht alle... Noch. Radfratz, ey. Geh weg. Übrigens, wenn ein... Es ist auch sehr nett, dass wenn die Chain abbricht... Also, die Chain bricht nicht ab, wenn ihr in ein Pokémon rennt, weil es vor euch spawnt. Das ist sehr nett, dass das nicht passiert, weil es passiert sehr oft. Ich hab noch mal gecheckt, ob ein Abrei hier ist. Hier, die beiden Trainer muss ich noch eben machen. Und da wir jetzt OP sind, dürfte das schnell gehen. Weil wir sind hart überlevelt jetzt. Ich hab das echt unterschätzt, dass das so krass geht hier. Weil manche, je nachdem, wie man die Pokémon fängt und so, dann geht das schon gut ab. Wenn es riesig ist, man einen einfach fabelhaft Wurf macht und... Keine Ahnung. Mit einem Wurf und keine Ahnung, was da alles geht an Multiplikatorern. Dann kriegt man schon richtig gut EP, muss man sagen. So, Dregaria. Tu mal was. Macht ja gar kein Damage. Äh, das Problem ist... Ein Gift macht den Phoenix. So. Oh, fertig. Oh, sie hat zwei Pokémon. Dann hat sie noch Nidoran männlich. Sollte ja eigentlich der Bub haben, oder? Der neben mir. Der Bube. Ach, ein Pummeluf. Äh. Pikachu kann endlich Donnerblitz bei Zeray. Sehr gut. Donnershock kannst du jetzt nicht mehr. Dann dafür kannst du den Donnerblitz. Und ist nützlich. So. Und Doppelkick. Ein Igler. Och nö. Kommt noch nicht mit so einem Mist. Gehen wir von der physischen... Von physischen Angriffen halt rüber zu Spezialangriffen. Sehr schön. Wie wenig Erfahrungspunkte, wir kriegen nur noch Kiegen hier. Aber das sind halt Bälle, die wir gebrauchen können. So, den machen wir auch noch eben. Ich predicte, der hat einen Radfratz und einen Nidoran männlich. Oder einen Sanddarm. Okay, hast gewonnen. Okay, zack. Rangneb. Let's go. Gut, ist das Nidoran männlich? Ja, okay. Wechseln auf... Komm, wir wechseln auf Eboli. Eboli rockt das jetzt weg. Pass auf. Mit seiner coolen Mähne. Okay. Äh, was machen wir denn? Flackerbran? Bis? Oh yeah. Schön abgesnackt. Sehr schön. Wieder vier Bälle gut gemacht. Alles schön. Unten ist noch ein Trainer am Durchgang, den wir auch machen müssen, glaube ich, wenn wir da durch wollen. Es ist echt kein Schanera gespawnt. Ah, ne, es sind zwei Trainer. Ne, Moment. Hä? Warum triggern die denn nicht, wenn man hier durchgeht? Was ist das denn? Boah, ich mach das dann eben. Weil sonst fühl ich mich nicht... Oh, oh. Das Ultrigaria natürlich... Nicht so geil jetzt. Oh, oh. Ich mein, ich riskiere es. Na, easy game. Macht ja nix, das Vieh. Neun Level unter mir. Was soll ein Glomander da schon reißen? Der andere hat ein Schigi, oder was? Oder was hat die jetzt noch? Wunder mich, dass da nur zwei hier stehen. Was kommt denn da jetzt? Ein Schigi? Was willst du von mir? Der ist so getriggert gewesen. Die andere, die musste ich ansprechen. Knofenza. Guck mal, Knofenza. Das kann aus dir werden. Das gleiche, nur ohne Stängel. Obwohl, der Stängel ist oben. Ja, das ist natürlich jetzt nicht sehr effektiv, ne? Vielleicht sollte ich wechseln. Das dauert uns sehr lange. Oder wir gehen auf Säure. Oh, Wickel ist so eine nervige Attacke, ne? Schlimmer als Ekelsamen, finde ich. Was sagt eigentlich ein Knofenza gegen Säure? Oh, nix. Weil's dann kaputt ist. Du erreicht Level 25. So. Du hast mich ignorieren sollen. Ja, hättest du. So wie die Dame, nix von dir. Der letzte traurige Blick auf die Wiesen. Ob ein Charnera spawnt? Und zwar ein Radfatz. Ein Wohlfix. Nix. Tschüss Wiese. Ich werde dich wieder besuchen, weil du bist ein guter Ort. Ah, hier ist das Shigi. Um Shinies. Ich würde es gerne einem talentierten Trainer anvertrauen. Und wir dürfen es mitnehmen. So, sehr gut. Ja. So, jetzt können wir unser Team aus einem Pikachu, einem Shigi, einem Glomando und einem Bisasar machen. Plus Evoli. Plus Garados. Oh, ich hab das Pokédex-Ding weggelegt. Das drückt. Das tut mir jetzt leid. Ich hab einfach gespammt. So. Was tust du mit diesem Haus? Die sind nicht da und du machst dir ein Info-Haus draus? Das ist ja irgendwie assi. Was ist denn? Das ist voll die Haus-Party hier. Ich spreche alle wieder nur an. Nicht, um zu lesen, was die von mir sagen wollen. Obwohl die teilweise, ja, praktische Tipps drauf haben, wie das mit dem Evoli-Schwanz wackeln. Ich lese ja mit, aber ich lese es nicht vor. Ähm. Ja. Achso, Moment. Ist das hier mit dem Kleinstein? Ja, er will einen Kleinstein gegen deinen Kleinstein tauschen. Würde ich übrigens empfehlen, das zu tun. Denn. Ich mache das einmal. Falls ihr das noch nicht gemacht habt und denkt, wozu soll ich das tun? Pass auf. Da gibt es nämlich einen Trick. Denn ihr gebt ihm ein normales Kleinstein und ihr kriegt das Alola-Kleinstein. Wie gut ist das denn? Das gleiche gibt es, glaube ich, auch mit Alola-Ratz-Ratz. Mein Kleinstein hat die Alola-Form. Wenn du mir noch einen Kleinstein auskannst und bringst, tausche ich wieder mit dir. So. Bei ihm kann man sozusagen normale Kleinsteine gegen Alola-Kleinsteine tauschen. Was sehr cool ist. So. Und wir gehen einmal uns heilen. Weil man mag sich vielleicht am Anfang denken, Kleinstein gegen Kleinstein? Was ist das denn für ein Bullshit-Tausch? Man könnte noch sagen, es ist ja dann praktisch. Dann ist man Kleinstein getauscht und kriegt schneller Erfahrungspunkte. Ja, ist aber nicht so. Also ja, wahrscheinlich kriegt dieses Kleinstein jetzt auch schnell Erfahrungspunkte. Aber es ist das Alola-Kleinstein mit der Elektro-Nebentypen. Und das ist, also mit dem Elektro-Nebentypen. Und das ist sehr geil. Ähm. Ich möchte das einmal laut vorlesen. Wenn ich draußen Sport mache, bin ich immer verschwitzt und dreckig. Fast schon schleimig. Oh mein Gott. Wieso sagst du mir das? Wieso? Wieso sagst du mir solche Dinge? Ich bin ein kleiner Junge. Hör auf, mir sowas zu sagen. Maholo. Maholo eben munter vor sich hinsiegen. Und das Land. Ach, ja. Hier in Rot war hier... Ich bin Grundbesitzer. Alles hier in diesem viereckigen Bereich gehört mir. Ich möchte hier bauen und lass mal ein Pokémon deshalb den Boden für mich ebnen. Ja, stimmt. Das war in den Original-Editionen auch. Da gab es eine Ebene. Da stand ein Masholo. Oder ein Mashok. Stand hier Mashok nicht sogar? Oder Mashomai? Irgendwas stand hier auf jeden Fall. Hallo, Lady. Ich wollte nicht mit Pikachu reden. Bist du bereit, die wichtigste aller Fragen zu beantworten? Magst du lieber das Hunde-Pokémon Fulkanu oder Mauzi? Fulkanu. Löde Frage. Du musst gar nichts sagen. Man sieht dir die Antwort schon an. Wenn du ganze fünf Exemplare des Katzen-Pokémon Mauzi gefangen hast, schenke ich dir ein wunderhübsches Pokémon, das dich auf seinen Rücken reiten lässt. Wie wäre das... Ja. Ja. Ich muss Mauzis farmen. Oh, Porenta. Ich ziehe mit meinem Pokémon was los. Patte. Porenta ist cool. Ich mag Porenta. Also fünf Mauzis fangen. Was ist das hier? Pikachu. Ach, der Pokémon-Fan-Club. Mehr als hundert Pokémon habe ich bereits gefangen. Wenn es um Pokémon geht, kann ich quasi wie ein Wasserfall. Bist du gekommen, etwas von meinen Pokémon zu erfahren? Nein. Redet ununterbrochen. Europe. Niedlicher Schweif. Alles uninteressant. Wobei ich glaube, der Pokémon-Fan-Club noch einen Sinn hatte. Ich habe gehört, dass manche Pokémon ihren Trainer lieber tragen, als ihm herzulaufen. Wie cool muss das sein, wenn man auf seinen Pokémon fliegen oder sogar über das Wasser flitzen kann? Naja. Mit Carpador wird das schwer, Junge. Carpador wird das schwer. Auf diesen Dingern sollte man besser nicht da rumklettern. Darum werden Schiffe mit einem Tau festgebunden. Ich will darauf festklettern. Äh, festklettern. Äh, rumklettern. Ich lasse Taubsee einen Brief nach Saffronia City in Norden bringen. Mach das. Ich würde so gerne auf der MSN durch die Welt reisen. So könnte ich überall Freunde finden. Okay. Der MSN. Ob man da auch einen Chat-Messenger mit dabei im Preis hat. Hier geht's zu MSN. Ähm. Gute Elf. Diktahöhle. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir Diktas fangen werden. Merkt ihr, wie ich immer wilden Hohengras aus dem Weg gehe? Das ist Reflex. Das ist purer Reflex. Und jetzt mal ohne Scheiß. Lockparfüm. Sehr geil. Oh, hier gibt's aber viele Trainer wieder. Viele Trainer. Viele, viele, viele Trainer. Ich möchte gerade noch erstmal die Eitel... Oh, lol. Das ist ja voll der Hacker. Äh, Pikachu. Ich wollte nicht... Fünf Superbälle. Nice. Ich glaube, Orania City war es, wo man Pokémon Go mit verbinden kann, ne? Ich müsste nur rausfinden, wo. Hä? Pantymos. Komm mal bitte mit, wenn du schon hier bist. Ein winziges, rotes Pantymos. Holy shit. Äh. Komm, ich hab ja Superbälle gekauft. Dann kann man die mal benutzen. Das ist trotzdem... Hallo? Ich dachte ja, ich hätte das jetzt raus, ne? Was macht es? Hallo? Ich hab nach rechts geworfen. Okay. Bleib drin. Danke. Pantymos haben wir schon mal. Das ist schön. Und wieder Level-Ups für meine Pokémon. Falte-Reigen. Falte-Reigen. Das war Falte-Reigen. Ich will jetzt eine Initiative steigen. Nein, brauchen wir nicht. Attacke nicht lernen. Für Pantymos wurde ein Eintrag angelegt. Pantymos ist begabt im Minenspiel und trainiert dieses jederzeit. Es kann andere dazu verleiten, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren. Gott, hier ist ja ein richtiger Tumult. Schnell hinter dem vorbei. Jetzt bin ich in den reingerannt. Damned. So. Das habe ich noch nie gewonnen. Ja gut. Dann wird sich das jetzt hoffentlich auch nicht ändern. Aber was hat er denn? Karpadon mit Nix-Teckel? Okay. Er hat Wulpix. Das ist natürlich jetzt wieder doof, dass ich einen Ultragaria draußen habe. Äh, Säure. Oh, nö. Warum? Wir könnten es one-hitten mit Feuerangriffen, aber wir verwirren es vorher nochmal. Kein Ding. Denn wir sind NPCs, die den Spieler nerven sollen. So, hier. Eat this, Wulpix. So. Schön viel Kohle raus und drei Pokébälle. So, dann haben wir hier den Trainer schon mal weg. Dann können wir uns hier wenigstens im Gras frei bewegen. Oh Gott, ja, da waren ja noch mehr Trainer. Ach, hier sind ja noch mehr Trainer. Ein Traumato. Guck mal her. Okay. Habe ich Traumato schon? Ich glaube nicht. Oh, ich dachte, der Ring wäre jetzt... Ach, der hat sich schon wieder resettelt in der Zeit. Oh, der Ring geht ja weiter zu, wenn die Pokémon angreifen. Er wird nur unsichtbar. Und da sie angreifen, kann man den Ball ja eh nicht treffen. Oh, der Ring bewegt sich weiter. Ah, die auch noch nicht. Sehr gut. Wenn man immer in der Nähe eines Traumato schläft, zeigt es einem nachts manchmal Träume, die es vor langer Zeit verspeist hat. Das ist irgendwie gruselig, man. Dieses Pokémon ist so creepy, Alter. Nee, ich mache jetzt keine Traumato-Chain. Jetzt kannst du knicken. Wir machen die Trainer später, wenn wir Orania City abgeschossen haben. Aber in der Dictor-Höhle würde ich mich jetzt gerne mal umgucken. Ist das ein Trainer? Ich bin schon beeindruckt, Dictor sollen diesen langen Tunnel gegraben haben. Okay, das sagst du mir jetzt. Okay. Wollen wir mal sagen, sind das jetzt Trainer und wilden Pokémon, oder? Das wäre nämlich ganz schön krass. Die Dictor waren in letzter Zeit etwas übereifrig und haben so viele Löcher gegraben, dass man den Tunnel nicht mehr sicher durchqueren kann. Wir füllen die Löcher gerade auf, aber es wird noch eine Weile dauern. Warum vertreibst du dir die Zeit nicht in der Arena von Orania City? Aber das... Wollen wir mal sagen, das wilde Dictor, das da gerade weiß, ist verschwunden, du Sack. Nehmen wir das hier. Dictor kann man bestimmt auch irgendwo gegen einen Alola-Dictor tauschen. Deswegen nehmen wir es einfach direkt mit. So. Dictor bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf, kommt aber auch auf den Höhlen zu Vorschein. De-de-de-de-de-de-de-de-de. Zubat! Hab ich doch schon, oder? Ah, ich will nicht mit dir reden. Wieso musst du das tun? Und immer meine Zubats resetten Aber es ist nett, dass man hier schon mal wilde Pokémon fangen darf Wahrscheinlich nicht alle, die hier drin spawnen können in der Höhle, aber so ein Dick da oder so ein Zubat darf man sich schon mal fangen Jetzt spawnt hier gar nichts mehr Scheint, hab ich richtig hart Glück gehabt gerade, Alter Sind das hier so Grasflächen? Wahrscheinlich Achso, ne? Ne, dann wär das ja auch eine Okay, dann sind das nur so Texturen, die existieren So Was ist Pikachu? Pikachu betrachtet überglücklich die Blumen, die sich im Wind wiegen Okay Ähm, ich hab ja Bonbons ohne Ende Ach, ich drück immer die Teamtasche, es ist falsch Beutel Bonbonglas Hier, wir haben Verteidigung Ab Level 30 Was? Okay Moment Ab Level 60? Was hab ich denn hier schon bekommen? Holy shit Griffsbonbons Spezialangriff Pikachu stärker macht Oh, jetzt benötigt die Blumen Ah, ja, wo es dachte ich mir schon Die Bonbons, je mehr man den gibt Umso mehr brauchen die Alles klar Macht ja auch Sinn Initiative Unendlich fahren So Bis alle 2 brauchen Mach ich mal Nein Oh, verdammt Guck mal, evoli schon ultra fast, ey So Ach komm, ja Auf 70 kannst du gebrauchen Tauboga ist ja eigentlich Tauboga ist gar nicht so schnell Guck mal Krass Machen wir Tauboga Mach schneller So Das sind ganz schön viele Bonbons Die so ein Tauboga frisst Ah, jetzt Ja, komm, die 2 kriegst du auch noch So, und Ultrigaria schneller machen So, und Smetbo Oh, Smetboost langsam Das kann's gebrauchen So Flottbonbon plus Spezialverteidigung Können wir auch noch erhöhen 31 33 52 Holy shit, evoli, man 4 in 3 Ich guck gerade, wer so die schwächste hat Okay, und die kann ich erst auf Level 30 benutzen Oder Level 60 Holy shit So Einmal auf die MS Anne Die MS Anne ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen voran der City halt Willkommen auf die MS Anne Warte, hast du überhaupt dein Ticket? Dann zeigst du den Matrosen an Bord-Ticket Vielen Dank, willkommen an Bord Herzlichen Glückwunsch, du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht Dafür bekommst du dieses Souvenir Mit diesem feschen Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren Matrosenset Natürlich kriege ich ein schlecht aussehendes Matrosenset wahrscheinlich So Jetzt bin ich gespannt Man kann hier auf jeden Fall links und rechts ins Wasser steigen Ah, hier ist es Okay Es ist leider nicht wie bei Rot und Blau Wo man das Schiff so von oben sieht Nefias, da bist du endlich Danke nochmal fürs Ticket Dieses Schiff ist echt gigantisch Es wimmelt nur so von Tränen Sieh an, das ist ja Nefias Ach, und Gary auch Wo man sich überall über den Weg läuft Hallo Blau, machst du eine Kreuzfahrt? Ne, ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen Ich mach mich aber gerade schon wieder vom Acker Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern Hey, ich geb euch gerne was ab Okay Eine Sache noch Auf der Party hab ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt Sagt euch Team Rocket was? Ich hab schon mal gegen sie gekämpft Echt jetzt? Für dich ist Angst wohl ein Fremdwort, was? Hier aber scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein Die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen Das ist ja wohl echt das Letzte Ich werd mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Wieso kriegt ihr eigentlich so eine fette Battle-Musik? Und battelt nicht Team Rocket? Wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, holst du mich dazu, hörst du? Einige der Passagiere sind schon so lange an Bord, dass sie sich nach Abwechslung sehen Wundert dich also nicht, wenn dich der ein oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert Let's go Das wird jetzt eine lange, lange Sache hier Stuart, ich hätte gerne etwas Süßes Bringen Sie mir doch bitte eine Vanilleschnitte Neue Schnitte Und früher konnte man in der MS Anne Alle Mülltonnen durchsuchen Und in manchen Wald Eitems drin Wenn ich hier nicht in einem Mülleimer ein Item finde Bin ich sauer So Oder in einer Kajüte Ein selten Ah, nicht ein seltenes Ein unsichtbares Item Das ist eine Trainerin, die steht komisch Ja, meine Pokémon stammen aus aller Welt Du musst dir die mal ansehen Und der rechts ist noch ein Trainer Den hab ich mir nicht gesehen Die Alexis Mit einem Taubsee Das ist ja süß Ein Level 17 Taubsee Das ist sehr süß Eat my Gift Ich könnte jetzt auch Evoli nach vorne tun Und alles einfach one-hitten Pikachu Ähm Evoli, komm Pikachu gegen Pikachu Wollte ich jetzt nicht machen Oh, ein weibliches Pikachu Erkannt am Schwanz Ähm Doppelkick Tja Oh, was ist so überlebt Oh mein Gott Das ist hart Falter, Falter Ihr Biss Hat jetzt einen Albtraum von mir So Nicht weinen Bitte Der Alexis Jeder hat mal einen schlechten Tag Komm her Sollte ich Ultrigaria echt vorne lassen Das ist manchmal echt anstrengend Und manchmal haben die Feuer-Pokémon Das nervt Mankey Wieso hat so ein kleiner Junge so ein cooles Pokémon Wo hat er das her Jawoll Und Trigaria kann mit Säure echt reinhauen, ne Echt heftig, Mann Wirbelwind Ähm Spiegel dreht weg So Ein Paraheiler Und will die Omi auch kämpfen? Ich glaube nicht Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt Okay, habt ihr so toll gemacht Das habt ihr sehr toll gemacht Kann sein, dass der auch kämpfen will Ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei Ich bin Team Rocket dicht auf den Fersen Okay Pikachu Ich spamm mir immer A Aber ich will nicht mit dir reden Kannst du nicht einen anderen Knopf bekommen oder so? Okay Anscheinend nicht Ich arbeite als Steward hier auf dem Kahn Sag Bescheid mir nicht, was für dich tun kann, ne Sehr gesprächig bist du aber nicht Okay So, gehen wir einmal hier die Runde Du bist ein Trainer Ne Ist so beschäftigt Ich dachte echt, dass wir ein Trainer Es geht schwiebeln Ja, anscheinend nicht Es steht Kartoffeln Was steht denn der in der Mitte? Hier gibt es aber ein Item Man Ah, ist nicht hier Okay Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Mini-Pilz ist So wie wir uns den gerade vorstellen Aber ich weiß nicht Die Küche könnte auch schimmeln Keine Tränen, obwohl die sich so bewegen Ich bin enttäuscht Ach, Pikachu Du kriegst nichts zu essen Ich hab mir hier die Küche Dann geben wir jetzt eine Etage höher An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffes Befinden sich Tränen aus aller Welt Einfach jeder will bei uns mitreisen Jedes Mal, wenn wir in einen Hafen anlegen Schmeißen wir eine Party Und laden Trainer ein Die mit uns feiern dürfen Warum bin ich nicht eingeladen? Ist ja noch kein Mülleimer mit Items Ich bin enttäuscht Auf meinen Reisen ist mir ein riesengroßes Coolgrundes Pokémon begegnet Ich bin zwar schon viele herumgekommen Aber ein Pokémon wie dieses Das den ganzen Tag schläft Ist mir neu Relaxo Relaxo So Belabor Trainer? Jawoll Zum Glück hab ich Ultrigaria noch nicht weggepackt Von vorne Und dann hat der nur ein Karpadoy Das könnte sogar mein Smedbo Easy wegsnacken Holy moly Mach Fischstäbchen draus Zack Also schneidest in die Form Von Fischstäbchen Ich weiß nicht Stell mir mal vor Ranken Hiebzer schneidet Habe ich glaube ich schon mal gesagt Also nicht dass es so peitscht Und so dagegen dotzt Sondern dass es richtig schneiden kann Wenn man will So ist es gerade extra lang die Folge Weil ich hier gerade noch eben die Kajüten durchgehe Spaltschnitt Ja Die brauche ich Genau so hieß So heißt es der Schneider Kein Item So guckt ihr in den Mülleimer Ich will auch in den Mülleimer gucken Ich darf aber nie Das sind Trainer Okay Die machen wir beim nächsten Part Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao